Den Kommandant haben wir nicht ausgeschaltet. Da ist es schlecht. Wo sind wir jetzt hier? Dachterrasse oder was? Alter, warum ist hier so viel los? Lass mich durch. Okay, da gibt es einen Checkpoint. Wo sind wir? Kein Problem, nehme ich gern. Was ist für diese Roboter hier? Alter, das ist wieder. Aufzug. Holy. Müssen die auch sich genießen? Ihr denkt vielleicht, dass ihr seid die Halle. Aber von hier aus sieht es aus wie das Paradies. Na ja. Nicht ganz so. Hat er gerade die vierte Wand durchbrochen? Mit uns geredet? Mit dem Spieler? Ich sehe ganz gerne die Gegner und hier nicht. Ich habe die Worte. Heldung. So ist das. Wo sind wir jetzt und noch nichts weiter? Okay, es war eine Baustelle. Das waren mehrere, äh, dann später. Das ist eine ganze Armee. Wird das denn ein bisschen so hin. Nochmal ins Labor. Da müsste noch einer sein. Ja, genau das meine ich. Und Panzer mitnehmen. Das ist eine Munition. Das ist obligatorisch. Ich renne da jetzt einfach durch. Deja vu. Ja. Doch diesmal ohne Rollstuhl. Das nicht von hinten schießen, das wäre unfair. Ja. Ich hab hier irgendwas aufgesammelt. Ja. 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 Ja, ruhig. Und wo ist hier ein Kommandant? Ganz ruhig. Das war ja sehr gut. Die Heilung? Natürlich nicht. Großes Hundi. Käfer. Natürlich explodierst du in dem Zimmer, wo ich bin. Heilung? Nicht viel, aber ein bisschen. Okay, die Kommandante haben wir. Ich hätte gehofft, das wäre der Kommandante gewesen. Ach du Scheiße. Ich habe nicht auf die Gesundheit geachtet. Vielleicht schaffst du hier wieder Sneaky durch. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ach, so Dreck. Ich bleib' mich einer deckt. Käferlein. Konzeptart. Ich habe eigentlich gerade gar keine Zeit für. Können wir noch Heilung? Kommandante. Kommandante. Nicht mal Goats. Oh, Heilung. Das ist eine Heilung. Ich gehe dir. Wo ist denn der Anamierende? Hier ist noch ein Commandant. Ah, ich sehe dich. Das ist wohl hier. Was haben wir hier eigentlich? Na dann. Willkommen beim Generalstab, Mitglieder, ein Haufen Arschlöcher. Habt ihr Arschlöcher, meine Odin-Codes? Naja, die Odin-Codes, das war das, was wir brauchen. Warum steht der noch? Ich will wenigstens kein Kommandant hier haben. Geht's nicht durch, rate ich mal. Nicht der Kommandant hier. Der ist irgendwo hier. Nicht verfügbar. Na, sehr schön. Dann wäre ich doch safe gesehen. Gerade konnte ich gerade nicht aufheben. Kommandant. Ich hab bis zum Schluss geimpft. Jetzt weiß ich aber, wo der Kommandant steht. Na toll. Na toll. Na toll. Und dann müssen wir rein rein. Was ist denn das hier? Kann jemand sagen, wo ich hin muss? Kann ich mehr rennen. Dieser Bastard Käfer. Sind sich keine Wunde mehr. Genau. Der sieht mich nicht. Der sieht mich nicht. Der sieht mich nicht. Der Käferhund. Der muss sich hier langen. Rennen ist halt irgendwie auch nicht rum. Was will denn dieser Käferhund? Ich bin mal nicht tot. So, aber dann bin ich auch tot. Meine Fresse. Solche Arena Kämpfe finde ich halt echt zu kotzen. Ich muss es scheinbar alle ausschalten. Wenn ich da irgendwie durchsneken, ist da auch keine Option. Und tot. Spitz ist der Große, der bemerkt mich. Das ist der Große. Super Soldat. Und hört es mich dann. Durch rennen ist definitiv nicht möglich. Ja. Spitz ist er hat mich. Alter, was hältst du denn aus? Das ist der noch lebt. Ach, und ich sprüge sie denn neben mir. Arena Kämpfe. Ich könnte im Strahl kotzen. Ach, als ob verarscht mich nicht. Als ob du mich schon gesehen hast. Was machen wir gegen den Kleinen? Den Kleinen, ja. Den Kleinen rüberziehen. Das war ja richtige Scheiße. Der hat mich ja selbst nicht durchgejagt. 15 Schuss habe ich da hoch. Das hat nichts. Treffen muss man da natürlich noch. Ich denke, mit der Waffe bin ich nicht schlecht beraten, aber... Den würde ich gerne versuchen. jetzt müssen wir den großen noch jetzt müssen wir den großen Energie vorausschalten jetzt sehe ich die übersicht bewahren was macht er jetzt hier und warum bin ich schon wieder tot kacke 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 noch lebig der große ist schon tot oder? ach verdammt ich hätte den großen schon den großen und den kleinen hilft das hier sehr gut nein 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 das war ja jetzt wohl ich kann jetzt zwei waffen nicht schießen das war sehr gut schickt den großen hier noch ein warum treffe ich den arsch nicht warum steht ihr noch kommandant des doods kommt nicht an warum wie stark ist der ein soldat was bin ich gesehnt ich ging drei soldaten ob das gesehen ja das hat er gesehen gleich im let's play das spiel will mich doch verarschen das zweit niedrigste schwierige jetzt stufe könnte mir das glauben kommt der kleine das glaubt man ja nicht dass das niedrigste spiel weißt du was fickt ich spiel also das ist bei wölfen stein der wölfen stein den kursus und das die new order habe ich das wirklich kapiert das war leicht so machbar das ging in der normalen stufe weil hier ist ja wirklich das ist unnormal manchen orden ist das wirklich das das ich 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 dass du dir zumindest keinen Verdeckung machst wie viel ihr haushaltet ist unglaublich wer treffe ich keinen von euch oder ihr seid hier die absoluten super soldaten seht ihr das nicht auf die verschwenden ist das war aber sind overpowered soll das wissen wir noch nicht verraten ich hab da 30 schuss auf einen so darf niemals wenn zweifelsfall einfach draufhauen ja manchmal hilft selbst draufhauen nicht dann kam ich hier wo muss ich hin am liefst für fücbarn Und was hier, was für die Odin-Codes auch sieht. Ich schreibe mir bestimmt schon in die Kommentare, besuchst du das nicht, das haben wir schon nichts gesehen hier, ich bin direkt vor dir, und man sieht beim Zuschauen sieht man immer mehr als man im Spielen sieht, Kommandozentrale, Kommandaten rein. Durch den Boden, irgendwo muss man unten am Boden sein, oder wie, ich begreife es nicht, vielleicht auch nicht, soll ich hier zurückgehen? Das soll ich nicht. Kommandozentrale ist aufgeräumt. Okay, das können wir uns nicht mehr angucken. Na toll. Normalerweise ist hier eigentlich so ein Symbol, was uns sagt, welchen Punkt, wo wir weiter gehen sollen. Da kann man nicht rein. Da kann man aber auch nicht durch. Tja. Tja. Hier ist ein Raum, durch den wir theoretisch durchsneigen könnten und durch die Klappe da hoch kommen könnten, aber in der Decke schweben können wir nicht. Lüftungsschicht. Lüftungsschicht, wenn wir nur benutzen. Tja. Tja. Ähm. Und die Tür rein tut es auch nicht. Naja. 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 Wir sind hier gefangen. Es gibt keine Odin-Goats. Es ausschaut. Okay. Wer bitte hätte das denn ahnen sollen? Der Globo ist hier während des Camps nicht kaputt gegangen. Ich musste gerade wirklich mal ein Workthrough reingucken. Der Globus, da der den Kampf überlebt hat, ging ich davon aus, dass es halt wirklich solide ist. Okay, das hat jetzt hier wirklich starke Darf weiter welches. Odin-Goats besorgen. Da haben wir's. Odin-Goats. Wo seid ihr? Ja. Ja. Vielleicht hat er da. Ja.